ja herzlich willkommen zum 100 abonnenten special gewinnspiel der gewinner wird eine 10 europäische card gewinnen und ich habe mir folgendes überlegt ihr sollt erraten der wievielte spieler ich auf dem server 1 war also hier zum beispiel auf server 5 kann man hier sehen der wievielte angemeldeste spieler ich war ich war hier auf server 5 nummer 2159 auf server 10 war ich zum beispiel 700 und auf server 2 zum beispiel schaue ich mal nach war ich 100.000 und 7 und so ihr sollt erraten einfach in den kommentaren schreiben die zahl zahl ist unter 100.000 aber über 50.000 und der wo am nächsten dran ist der gewinnt ihr habt genau eine woche zeit bis zum 28 7 wahrscheinlich so 50 uhr werde ich dann hochladen also genau eine woche und der wo gewonnen hat der sollte mich abonniert haben und alle die wo mitmachen wollen also müssen mich abonnieren und liken und jeder darf genau drei kommentare abgeben im video oder unter dem video weil ja ist ein bisschen schwer also abonnieren video liken und drei kommentare maximum ja dann sehen wir uns vielleicht zu einer server rundschau vielleicht am sonntag also bis dann ciao